Es freut mich, dass sie hierher gefunden haben. Es sind Leute, die ziemlich weit hergekommen sind, z.B. von Wien. Man stellt sich vor, der langen Weg. Und ja, irgendwo am 2. August findet hier hinten die Opern statt. Hier unten werden irgendwo 40 Musikanten sein. Und die spielen etwa 35 verschiedene Stimmen. Muss ich dir vorstellen, klassische Musik. Wir haben hier vielleicht vier oder fünf Stimmen, die wir spielen müssen. Hier sind irgendwo 35 und dann die Opern selber. Mit 35 Leuten, die auf dem Chor spielen und singen. Fünf Hauptakteure usw. Hier der Vorverkauf dazu läuft. Den kann ich nur noch schwerstens empfehlen. Sie sehen selber, die besten Plätze sind immer zuerst weg. Darum würde ich empfehlen, die jetzt langsam zu buchen, bevor es dann zu spät ist. Aber jetzt machen wir etwas anderes. Jetzt machen wir hier ein Konzert zwischen zwei verschiedenen Bands. Das ist das zweitletzte Konzert vom Rahmenprogramm, das wir gemacht haben. Was ja darum geht, verbinden. Wir verbinden jetzt hier eine Opernbühne mit Rock und Pop und Jazz usw. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Und Bühne frei! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!